Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelernt Modus Schatten und es gab jetzt einen 1GB großen Patch und hat diesen Foto Modus hier eingefügt, das sehen wir jetzt hier schon. Der Foto Modus ist jetzt verfügbar, er kann im Optionen erspielen ein-, an- oder ausgeschaltet werden, der Foto. Okay, dann gucke ich nochmal ganz kurz rein, das wäre nämlich mega geil für Thumbnails machen. Aha, oh Gott, jetzt habe ich halt hier gerade einen. Wo ist denn, ah hier ist der Foto Modus erlauben, ah da kann man den hier so anmachen. Aha, okay. Ah ja, aber den brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Also ich brauche den nicht. So, dann, äh, und zwar wollte ich... Hier, dein Tod wurde durch Wayne... LOL. Hä? Das hat jetzt eine Multiplayer-Blutrache-Ziele. Das bringt XP, wenn jemand anders aus meiner Freundesliste... Äh, ein Boss... What the fuck? Das ist ja mega geil. Also lustig. Das ist mega geil, das kann man jetzt... Das ist jetzt eine Spielerei. Warte, 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 warte mal einen Moment. Dark. Ach, oh fuck, das war das da. Ich möchte erstmal jetzt so einen neuen... Ich möchte einen anderen Auftrag, ich hasse den. Da bin ich nämlich letztes Mal verreckt. Und wenn man verreckt, ähm... Also wenn man jetzt da verreckt, dann... Wird hier auch Dingens befördert und so. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, dann wird so ein anderer Spast... Befördert... Äh... Den tue ich jetzt erstmal per Schleichtätung erlegen. So. Ähm... Das heißt, da hat es gerade zu reden. Dark... Ah, geil. Jetzt kann ich mit dem auch hier. Äh, der Redback hier. Über den weiß ich jetzt schon. Brock. Und über den ist Tarts. Tarts. Hallo, Tarts. Vordere Tarts aussehen nur sein Urux in kürzester Zeit niedermetzels. Cool. So. Ähm... Was? Jetzt haben wir einmal hier... Metzler Horten von Umbrockling... Äh... Äh... Was ist da? Ach, das ist wieder einer scheiß Festung, Alter. Ich hasse die Festung. Geh mir auf den Sack. Ähm... Soll ich jetzt mal da hin? Umbrock... Ne... Ah, komm, ich geh da hin. Hab ich jetzt gerade keine Lust. Ähm... Ähm... Wart... Oh. Äh... Es ruckelt jetzt manchmal ein bisschen, weil ich gerade im Hintergrund noch was komprimiere. Also von... Äh... Handbrake. Die fordern folgen. So. Da muss ich mich natürlich wieder bei YouTube aufregen oder halt keine Ahnung, was da los war. Warte mal. Hier runter. Oh. Äh... Und zwar lade ich erstmal schöne sieben... Sieben... Sieben Stunden oder so... Mein ein... Mein... Oh Gott, leckt es... Äh... Mein ein Part hoch. Also den Part... Ach. Komm mal da. Was ist... Was ist mit euch los? So. Äh... Lade den Part hoch und dann heißt es erstmal, das Format ist nicht... Äh... Konnte nicht konvertiert werden. Und das hat mich mega angekotzt. Und jetzt muss ich jetzt halt jetzt nochmal neu rennen und so. Das heißt... Samstag konnten jetzt keine Parts kommen. Äh... Oder kein Part. Und das ist halt scheiße. Deswegen... Kommt jetzt halt erst am Montag der eine Part. Also... Ich dreh das ja... Dreh hat es gerade eh vor. Weil ich die ganzen Folgen dem Julian gebe. Weil es viel einfacher ist, weil ich brauche sieben Stunden, um ein Part Morderschatten hochzuladen. Okay, cool. So. Metzle, Bessie. Ah, Bessie, die Leibwächter. Okay. Schon wieder so ein Scheiß hier. Bessie, die Leibwächter. Verdammt, welchen Auftrag war das jetzt? Von Brock? Ja, von Brock, ne? Also... Äh... Den da hier, ne? Ledback. Ach, der hat mich getötet. Hat er mich... Nee, ne? Gefangen. Hier markieren. Nee, hier. Einfach durch Kampftodesstöße. Anfällig. Schleichtwächter ist, ach, der ist easy. Das ist Futter. Das hier markieren. So. Jetzt habe ich den markiert. Jetzt müsste der hier irgendwo sein. Das zeigt mir das nicht mal an. So ein Scheiß hier. Mann! So ein Rotz! Alter, die Kleinaufträge sind bestimmt auch nice zu machen. Da kriegt man auch bestimmt XP, aber... Ich würde halt mit der Story weitermachen. Und... Woher... Woher... Äh? Ah, hier kommt man auch noch lang? Ne, noch nicht, ne? Okay. Ähm... Wo ist's? Ähm... Ähm... Ich habe den doch markiert, hier. Den hier, den Leadback. Wo ist denn der? Da, ne? Das heißt, der müsste auch auf meiner Karte zu sehen sein. Ach, da ist er nicht zu sehen. Interessant. Geh ich halt einfach mal da lang. Du Späschling. Oh. Ja, ist gut. Oh. Schön, dass du mich nicht siehst. Oh, fuck. Das ist ein Lager. Das ist ein cooles Lager. Oh, sorry. Ich wollte dich nicht umrennen. Lol. Das ist ein Karagor. Ah, ich habe jetzt keinen Bock auf Stress. Das ist... Lol, war das... Äh... War das die Festung? Schleiche ich mich erstmal hin? Ne, da will ich gar nicht durch. Alter. Eines Tages wird sich niemand in diesem Land mehr an sie erinnern. Von Harondor bis Hovagnon soll es nur... Ist das Letback? Latbark. Ach, Latbark. Sorry. Sorry, Mann. Theoretisch, wenn er anfällig ist, könnte ich den doch von hinten... Ähm, mucksen. Ja. Nice. Easy. Du machst mir hier kein... Kein Leuchtfeuer. Du behinderter... Idiot. You fuck god. So. Was? Nein, hier wird nichts gezündet. So, Alter. Jetzt muss ich mich erstmal durchkämpfen. So, jetzt mache ich den hier trick. Oh. Ich glaube, da war ein Schildträger. Oh, Alter. So. Hab ich... Könnte ich die jetzt eigentlich befreien? Das wäre jetzt sowas cooles. Kann ich die befreien? Hä? Kann ich die irgendwie befreien? Ne, kann ich nicht. Irgendwie muss ich die doch befreien können. Nee, das ist nur ein Käfig. Und den kann ich wahrscheinlich... Oh. Och, Mann. So, aber... Das heißt, ich habe jetzt den... Den getötet. Das heißt... Von Brock. Der hat hier keinen mehr. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder... Zu... Dem Auftrag. Ne? Ne? Hab ich recht? Dann hab ich recht, dass ich hier jetzt mit einem... Jeder Uruk, den ich töte, macht mich nur zu einem noch besseren Krieg. Du hast einen Sklaven geschlagen. Du stirbst. Niemand schlägt... ... den Sklaven. Schau mal, ich mache jetzt hier ein bisschen hier Radau. Ey, Junge. Geh mal aus dem Weg. Danke. Alter, ich töte ihn doch jetzt. Ne, jetzt so nicht. So nicht. Es macht voll Spaß, in der Fassung die ganzen Leute zu befreien. Ich klette mal auf die Dächer. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, entdeckt zu werden. Komm mal hoch. Und dann gehe ich die ganzen Bogenschützen. Was? Was? Der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Das ist der Waldläufer. Du hast mich nicht gesehen. Den Schnappenkreuz. Was? Den Waldläufer? Den schnappen wir. Oh, was habe ich gehört? Geräusch. Bam. Da war euer Geräusch. Ich habe gehört, hier ist irgendwo ein Machtkampf, aber in mir habe ich keine Lust drauf. Oh, da ist noch einer. Hallo? Oh, ich hoffe mal, dass mich hier keiner sieht. Das ist ja nämlich uncool. Uruk-Übungsgelände-Festung. Ne? Das ist eine Festung. Oh, da oben ist noch mal einer. Nach dem letzten Kampf hat er sich die aufwendet. Oh, da sind welche für den... Warum werden die mir rot angezeigt? Mach ich erst mal ein bisschen Ablenkung. Fliegt ihr Nachen. Fliegt ihr Nachen. Warte. Ne, ich will eigentlich nur hier lang. Da. Oh, fuck. Shit. Hat der mich ge... Warte, komm, der da... Ist jetzt da runtergesprungen. Das war jetzt interessant. Okay. Da. Oh. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Wurm. Oh, Alter. Ach, das ist eine Arena, oder wie? Lol. Okay. Ähm. Fuck, ich bin hier komplett falsch. Ich bin hier komplett falsch. Ich bin hier komplett falsch. Oh, Gott. Ich muss mal hier lang. Ja, lassen wir den mal hier. Ich möchte gerade keinen Karagor, weil irgendwie... Ich verliere den ja eh wieder. Ah, da kann ich hoch. Ist ja cool. Ich finde es aber so cool, wie sie einfach hier so die Kämpfe... Die Kämpfe gegen Karagor, wie sie so Kämpfe abspielen. Das finde ich einfach cool. Bop. Ähm. Ich hab gehört. Hier sind Kämpfe. Also einen guten Blick auf diese seltsame Kreatur erhascht. Die, die umherschleicht und uns beobachtet. Warte, komm mal ran. Hier. Dieser Narr von einem Falkläufer. Dafür ist es zu klein. Es ist irgendetwas anderes und wir sollten es töten. Es ist einfach schmerzlich. So geht's natürlich auch. Da wollte ich gar nicht hoch, aber... Ist mir auch egal. So. Jetzt kann ich euch gar nicht mehr schleichen. Warte. Oh ne. Warte. Ich möchte den Auftrag starten. Ja, ich hab die Leibwächter besiegt. Es reicht. Nur die Starke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich uns. Okay, das war grad strange. Warte, ich soll die Aufmerksamkeit erregen. Das finde ich aber nicht cool. Finde ich gar nicht cool. Weil ich möchte... Okay, das heißt, du musst mich einfach nur durchkämpfen. Hey, Junge, hallo, hallo, komm doch ran jetzt. Kann ich nicht aufzehren. Ah, das heißt, jetzt ist er so betäubt. Okay, cool. Das hab ich nämlich nicht verstanden mit dem Aufzehren. Okay. Ja, aber ich muss Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwo hinstellen. Und... Ein Karako loslassen? Ne, ich glaub nicht. Warte mal, das kann ich... Ja, das kann ich explodieren lassen, aber... Juckt. Ja, ich glaub, du hast gebrannt. Ach, nö, das ist so ein scheiß Boss. Okay, jetzt verhör ich den erstmal. Was warst du für'n Boss? Ich hab doch jetzt hier... Schau mal, hab ich hier... Warte mal, hier... Der hat keinen... Hat der? Der hat hier. Lammuk. Ach, den hab ich da grad. Warte mal, hol ich mir mal über den Informationen. Ja. Flak. Schwarz Herz. Okay. Okay. Jetzt hab ich eigentlich Aufregen erregt. Fuck, hab ich eigentlich von... Ja, ich hab die Rune eingesammelt, ne? Alter, die hauen alle ab. Wollen die nicht mal Alarm schlagen? Jungs. Okay. So, jetzt mach ich den Trick hier. Boah, da hab ich, glaub ich, seinen Kopf gespalten. Das ist voll geil, das Ding hier. Das ist mega geil. Warte, Aufladung. Hallo, ich hab ne Aufladung. Scheiße. Ich glaub, ich muss da hin. Haben die hier Feuer? Nö, ne? Schildträger hasse ich. Die kriegen direkt von mir einen Kopfschuss. Direkt abschlachten. Ja, komm, zünd es an. Ah, das ist ein bisschen Berserker, hab ich gehört, ne? Jawohl. Ah, jetzt muss ich so und so viel Uruks töten. Jetzt geht's los. Nice. Okay, jetzt hab ich jetzt zwei Uruks. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Fähigkeitspunkt, vielleicht hilft es mir was. Nee, das hilft mir jetzt gar nix. Ja, komm mal, später. Brauch ich jetzt grad nicht. Oh, Gott. Zu wie vielter Wahrscheinlichkeit werde ich sterben? Ich sterb doch so zu einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Ich muss mich einfach nur durchkämpfen. Oh, shit. Oh, mein Leben. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Alles muss brennen. Alter, wie viel ich schon getötet hab. Fuck, fuck, fuck. Oh, ich hab hier... Oh, du Scheiße. Da, hab ich gehört, ist... Oh, shit. Oh, Gott, das war nicht so klug. Ich muss irgendwie an so'n Scheißkraut kommen. So'n richtiges behindertes Kackkraut. Hoch, hoch, hoch. Hoch! Okay, da kann der nicht hoch. Ah doch, jetzt. Oh, Gott, so. Ah, ist irgendwie so'n Scheißkraut? Okay. Okay. Da ist ein Kraut, ne? Da ist ein Kraut. Da ist ein Kraut. Okay.